Dies ist ein Video an alle meine Abonnenten, beziehungsweise an M.H.ClaudineWolf. Ähm, also möchte ich an meinen Abonnenten danken und nochmal sagen, welche Abonnenten ich habe. Weil es sind jetzt, ähm, sieben, ja, sieben geworden. Und es freut mich echt, als ich ein Abonnent mehr hab, ein Abonnent ist Gold wert. Ich behandle meine Abonnenten sehr gut, sag ich jetzt mal. Und, ähm, wir schmeißen sie mit Videos, sag ich jetzt mal. Ähm, ja, also meine Abonnenten sind Fussel69, Safi8015, Ujulala01, M.H.ClaudineWolf, ähm, MonsterHiMA, ähm, das eine war unbekannt, und VickyMiller. Ja, und ich möchte an M.H.ClaudineWolf sagen, ich war so geschockt, als ich das Video gesehen hab mit, dass du C.A.Cupid repainted hast. Und heute ist es ja noch in real, in real life. Und dann denk ich so, oh mein Gott. Und ich bin irgendwie jetzt total so, oh Gott, wie sieht's jetzt aus, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin jetzt so total so crazy. Repainted fasziniert mich auch, wollte ich dir sagen. Andererseits hab ich da auch so kleine Ekel vor. Ich persönlich würde das jetzt nicht machen. Ich mach auch keine Custom Dolls, weil ich, naja, bei mir sehen alle schon sehr kustomiert aus, kann man schon sagen. Neue Outfits, ne, neues Haarstyling. Aber ich färbe nicht die Haare, ich male sie nicht neu an, ich setze keine anderen Arme rein. Nein, ich mach keine Custom Dolls, auch keine repainteden Monsters. Nein, ich lass sie so, wie sie sind, weil sie sind mir viel wert. Dir bestimmt auch. Ich weiß, dass du mit C.A.Cupid nicht so viel spielst, dass du es deswegen gemacht hast. Aber mir sind sie so viel wert, dass ich sage, nein. Bei Gigi würde ich auch gerne den Sub-Off machen, aber ich sage, nein, nein, nein. Nein, 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 lass es lieber sein. Das sind immer die Finger von Dingen, die du nicht machen solltest, die du nachher bereust. Weil ich weiß, dass ich es nachher nicht wieder so hinkriege, wie es war. Ja, und, ähm, ja, deswegen lass ich es sein. Ich lass auch solche Haare immer so. Ja, wie bei ihr. Sie sind auch original. Okay, ich hab sie auch erst einen Tag oder zwei. Ein. Einen Tag. Ja. Und dann möchte ich noch was einem Vicky Miller sagen, meine Cousine. Ich mag deine neuen Puppen echt. Ich weiß ja, welche du hast, das weiß ich schon am Telefon. Okay, die Dead Hired habe ich auch, aber ich mag deine Laguna. Ich will sie in real sehen. Wir verabreden uns ja bestimmt irgendwann und dann kann ich sie mal sehen. Oder Spectras Kleid in real. Oh, ich liebe dieses Kleid, was die Weihnachtsschwärme anhat. Und der Eye-Connector. Ja, und dann freue ich mich sehr darauf, den neuen Puppen zu sehen. Und, ja. Was kann ich noch sagen? Ja, genau. Immer ein Kleid in Wurf. Ich freue mich auf deine Snooki und deine Snow. Ja, und dann noch was. Ähm. Viola. Ähm. Ich finde es voll cool, dass du jetzt mit deinen Freunden so tauscht und so eine neue Puppe dann so ausgeliehen kriegst. Äh, gesagt. Ausgleich. Und, ähm. Ich dann so. Frage mich dann so. Hm. Hast du eine neue Geschichte? Und, Safi. Ähm. Ich finde es echt cool, dass du, ähm. Costume Dolls machst. Ja. Was kann ich noch sagen? Hm. Ja. Das war eigentlich so alles, was ich sagen wollte. Okay. Monster HMA. Richtig geile Videos. Ja. Also. Das war jetzt nicht so. Es war jetzt so nett gemeint, ne? So wie gute. Gute Videos einfach. Okay. Vergesst es, was ich vorher gesagt habe. Ich labere oft Mist. Nehmt euch an mich kein Vorbild. Ich bin kein Vorbild. Ich bin ganz schlimm. Ähm. Ja. Und sie sitzt auf meinem Bett. Hier unten ist irgendwie alles gerade unordentlich. Ich mache mich nämlich, ich bereite mich gerade vor. Und ich habe auch keine Decke mehr. Und auch keine Kissen da hinten. Hm. Ja. Ich bin die Sachen jetzt los, sozusagen. Die sind jetzt alle schon eingepackt. Und gleich schnappe ich mir meine Jacke und so eine halbe Stunde. Und dann geht's los. Ja. Und ich freue mich dann auf deine repaintete MH-Claudymove. Ja. Das war's auch schon wieder. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Okay. Das Video war langweilig. Aber ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Ähm. Freut euch, wenn ihr, wenn, also, meine Videos insgesamt haben jetzt schon 9000. Nein. 9000. Ja, genau. Ich bin jetzt schon voll. 985 Aufrufe. Und das heißt noch, genau, 15 Mal. Müssten noch 15 Aufrufe und dann habt ihr euer Special. Freut euch auf das Special. Schaut mein Foto, ähm, mein Fotobild, genau. Schaut mein gemaltes Bild von Rebecca Steam und ähm. Claudine Wolf Scaris. Und wenn ihr Bock habt, lasst ihr auch noch ein Abo oder ein Like oder ein Kommi da. Muss nicht sein. Aber könnt ihr machen, wenn ihr Bock habt. Ähm. Oder wenn ihr mich, naja, sympathisch kann man jetzt nicht sagen. Aber wenn ihr mich ganz okay findet. Ich finde mich nicht sympathisch. Ähm. Ja. Ja. Und ich habe dieses langweilige Video euch trotzdem gefallen. Ich rede schon wieder so schnell. Ja. Und ich wollte euch nochmal eben eine coole Wettmasche zeigen. Ich stehe auf so einem Zeug. Ja. Ihr wisst halt schon mehr Sachen über mich. Ich stehe auf Korn, ich stehe auf Rock Metal und sowas. Und ähm. Ich habe auch ein Shirt von Kate Cobain, das ich euch aber nicht zeigen werde. Weil ich will nicht, dass man mein Körper sieht und so. Und ja. Das war's jetzt auch schon wieder. Ich habe schon wieder fünf Minuten lang gesammelt. Fast sechs Minuten. Und deswegen sage ich jetzt Bye. Eure M.H. Draculaura 3. Und freut euch auf meine Serien. Bis zum nächsten Mal. Ciao 更ul